Ich habe die Gesundheit im Blick, weil Cannabis eine illegale Droge ist. Die Drogenbeauftragte Marlene Mordler, Marlene Mordler, Marlene Mordler. Die Vorstellung illegaler Drogen hat hier in diesem Hause Tradition. Deshalb wenig Wundet ist. Auch ich war mal Raucherin. Auch ich war mal Raucherin. Auch ich war mal Raucherin. 3.000 Menschen sterben in unserem Land an den Folgen des Nichtrauchers. Mein Blick gilt demjenigen, die ernsthafte Probleme haben. Ich bin immer noch Nichtraucherin. Ich habe alles im Gruff, so wie mein Lenkrad. Wenn ich Auto fahre, dann kann mir nichts passieren. Bilder sagen mehr als 1.000 Worte. Weil Cannabis eine illegale Droge ist. Illegale Droge ist. Illegale Droge ist. Was meint ihr? Soll man hier lockern? Ich habe noch keine Stimme gefunden, die hier Ja gesagt hat. Die Vorstellung der illegalen Drogen hat hier in diesem Hause Tradition. Das meine ich sogar jetzt nicht ernst, oder? Weil Cannabis eine illegale Droge ist. Illegale Droge ist. Und wenn ich nach Colorado blicke und sehe, Bilder sagen mehr als 1.000 Worte. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Kümmern Sie sich besser um natürliche Energie, die Sie frisch hält. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.